Hallo Ariane, ich möchte dir gerne ein herzliches Dankeschön aussprechen für deinen YouTube-Kurs. Mir hat er sehr viel gebracht, denn ich habe innerhalb von kürzester Zeit den richtigen Dreh gefunden, wie ich meinen YouTube-Kanal pimpe. Es fing an bei den visuellen Einstellungen und den grafischen Hinweisen, was wie wirkt zum einen. Dann ging es für mich auch um die technischen Hintergründe zum Thema, wie stelle ich die Feinheiten für SEO ein, für die einzelnen Arten von Videos, für die Playlisten. Fantastisch, das ging so fix, dass ich das verstanden habe. Aber natürlich hat die Umsetzung gedauert, aber das ist eben so, wenn man Neues angeht. Ich bin begeistert, alle anderen auch. Ihr müsst zu Ariane.